Ich habe eine kranke Serie gesehen, die ich irgendwie so abfeiere und tatsächlich immer noch darüber nachdenke. Ich habe sie vor ein paar Tagen zu Ende geschaut und muss irgendwie immer noch drüber nachdenken. Das möchte ich gerne heute mit euch teilen. Achtung, Spoiler-Alarm. Wenn ihr die Serie noch nicht zu Ende geschaut habt, dann schaltet das Video hier auf stumm, aber guckt trotzdem zu Ende. Guckt einfach dazu, wie sich meine Lippen bewegen. Wiedergabezeit ist ganz wichtig. Ansonsten für alle anderen, die den gesehen haben, lasst uns hier in den Kommentaren diskutieren, wie gut fandet ihr den Film. Ich hole euch so ein bisschen ab, falls es auch bei euch ein paar Tage her ist, dass ihr das zu Ende geschaut habt, um ein bisschen eure Erinnerung zu erfrischen. Die Serie findet ihr auf Netflix. Im Deutschen heißt sie Sie weiß von dir und im Englischen Behind your eyes. Wir haben insgesamt vier Hauptfiguren. Adele, David, Rob und Louise. Man weiß von Louise, dass sie eine Mutter ist und so fängt eigentlich auch der Film praktisch an, dass man sie in einer Bar auffindet. David trifft Louise in dieser besagten Bar. Irgendwie scheinen sie sich so sympathisch zu sein, dass David Louise dann küsst. Kurz darauf bereut er das aber und entschuldigt sich und verschwindet einfach. Wir erfahren auch, dass David verheiratet ist mit Adele und dass David der neue Boss von Louise ist. Und beide haben sich darauf geeinigt, so zu tun, als sei dieser Kuss in dieser einen Nacht nie passiert. Was man aber dann auch in der Serie erkennen konnte, dass es nicht geklappt hat, weil kurz darauf haben sie eine Affäre und haben überall gepimpert, wo es nur ging. Adele spielt ja in dem Film Davids Frau. Und aus ihr wurde ich am Anfang nicht so wirklich schlau. Also sie schien sehr selbstbewusst zu sein. Meiner Meinung nach schon so ein bisschen, als hätte sie einen Stock im Arsch. Kam nicht so wirklich aus sich heraus. War einerseits so richtig gefestigt, so kam sie rüber, aber andererseits in Davids Nähe war sie devot. Ließ sich kontrollieren von ihm. Es sah einfach merkwürdig aus. Was der Zuschauer auf jeden Fall sehen konnte, dass beide total unglücklich sind in der Beziehung. Man erkennt auch, dass Adele immer wieder in der Serie sagt, dass wenn sie am Telefon sind oder wenn sie, die hatten einmal in der Serie miteinander geschlafen, da sagt Adele, ich liebe dich. Von David kommt nicht zurück. Er erwidert die Liebe einfach nicht. Während des Films habe ich die ganze Zeit gedacht, dass Adele diejenige ist, die David kontrolliert. Am Anfang schien es auch so, aber dann wurde das Ganze gekippt. Und dann sah man, dass es eher David ist, der Adele kontrolliert. Nämlich mit Telefon anrufen, immer jeden Tag um dieselbe Uhrzeit. Genauso wie, dass sie ständig Pillen verschrieben bekommt von David, denn David ist Psychiater. Die Serie spielt in zwei Zeiten. Einmal in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und man konnte das öfteren so erkennen, wenn es Flashbacks gab. Da wurde Adele in einer Art Einrichtung gezeigt. Ich glaube, es handelte sich hier um eine Suchtklinik, wo sie drin war. Und dort traf sie auch auf Rob. Rob schien mir sehr komisch. Also die haben so eine Freundschaft entwickelt, Adele und Rob. Ich, für mich kam das so rüber, als würde Rob eine Menge für Adele erfinden. Ich rede hier von romantischen Gefühlen. Ich konnte das nicht ganz einkategorieren, weil er auch immer wieder gesagt hat, dass er sie liebt und sie irgendwie beschützen muss. Und das auch immer wieder betont hat. Nur konnte man in dem Flashback schon sehen, dass Adele zu dem Zeitpunkt mit David schon zusammen war. Und auch immer wieder erwähnt hat, wie wichtig David ihr ist. Und wie sehr sie ihn liebt. Und wenn sie da rauskommt, Suchtklinik oder Psychiatrie, dass sie ihr Leben dann fortführen werden. Rob aber misstraut David. Nur von den Erzählungen, was Adele ihm so erzählt, misstraut er ihn komplett. Und das, obwohl Rob noch nie auf David getroffen hat. Im Film kam das erstmal so rüber, als wäre Rob eifersüchtig und würde lieber sehr gerne mit Adele zusammen sein. Aber durch ein paar Szenen hat man dann gemerkt, dass Rob homosexuell ist. Er hat das immer wieder durch ein paar Bemerkungen gemacht. In einer der Flashbacks sieht man auch, dass nachdem Adele aus der Klinik rauskommt, genauso wie Rob, dass Rob dann irgendwann Adele auf dem Anwesen besuchen geht, wo Adele und David jetzt wohnt. Das erste, was man erkennen konnte, als Rob das erste Mal auf David trifft, ist, dass er sich in seiner Gegenwart total merkwürdig verhielt. Schüchtern. Nicht wie er sonst in der Klinik zu sehen war, sondern eher zurückhaltender. Es sah für mich eher fast wie eine Schwärmerei aus. Rob betonte bei dem Besuch immer wieder, wie glücklich er für die beiden ist, aber auch neidisch ist. Dass sie das alles besitzen, das Riesenanwesen, eine glückliche Beziehung, eigentlich alles das, was man sich wünscht. Das wiederholte er immer wieder gegenüber Adele und David. Damit man den Rest so ein bisschen besser verstehen kann, muss ich jetzt zum Ende vorspulen. In der Serie wird das Thema Astralprojektion angesprochen. Ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Man hat nämlich so ein Licht aufflackern sehen ab und zu, aber ich habe das irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Auf jeden Fall wird das so zum Ende hin dann deutlich. Adele hatte nämlich diese Astralprojektion Rob beigebracht, als beide in der Klinik waren. Es war so, dass Adele das irgendwie schon von Kind auf konnte und also Astralprojektion, um das ganz kurz zu verstehen. Du schläfst, aber du schläfst bewusst, sodass du dich von deinem Körper entfernen kannst. Ich hoffe, ich gebe das wie richtig wieder. Wenn nicht, ihr korrigiert mich gerne. Und während du dich von deinem Körper entfernst, das ist praktisch, du kannst dann auf deinen Körper schauen. Und dann kannst du auch andere Orte besuchen. Aber das geht nur, wenn du in den Räumen warst oder in den Orten warst, die du schon mal besucht hattest in der Vergangenheit, damit du den Platz besser visualisieren kannst, dann zu den Orten in deinem Schlaf reisen kannst. Bei dem Besuch hatte Rob ihr dann vorgeschlagen, dass sie was ausprobieren. Und zwar, dass sie einmal den Körper austauschen. Und Adele war das klar. Also sie hatte auch eingewilligt. Bevor beide den Schritt gegangen sind und das gemacht haben, hat Rob sich etwas gegeben, eine Substanz gespritzt. Daraufhin kann man sehen, dass als Adele eingewilligt hat, dass sie durch Astralprojektion den Körper einmal austauschen, das haben die dann gemacht. Das heißt, Rob wurde dann zu Adele und Adele steckte dann in Rob's Körper. Rob hat diese Situation schnell ausgenutzt. Adele war nämlich kaum bewegungsfähig durch diese Substanz, die dann in Rob's Körper war, weil sie es halt einfach nicht gewohnt war. Hat Rob sie dann umgebracht, sie dann in einen Brunnen geschmissen. Rob's Körper ist mit der Seele von Adele jetzt im Brunnen unten. David weiß natürlich nicht, dass Adele Rob ist, in Wirklichkeit. Jetzt kommen wir kurz zur Gegenwart. In der Gegenwart ist es nämlich so, dass Rob in Adels Körper und David denkt halt, das ist ganz normal Adele. Rob will sich David an sich binden. Er möchte nicht, dass David sich von Adele trennt, beziehungsweise von Rob trennt, obwohl die Beziehung so dermaßen kaputt ist und gar keinen Sinn mehr macht. Er presst Rob David damit, dass die Leiche halt noch in dem Brunnen ist. Und die Leiche war ja in dem Brunnen mit Davids Uhr. Also Rob's Körper ist in dem Brunnen mit Davids Uhr. Und das könnte halt eventuell so aussehen, als hätte Rob was angetan, obwohl es nicht so ist. Wir bleiben weiter in der Gegenwart. Rob hatte, bevor er ein Feuer im Haus startete, eine Substanz zu sich genommen und fing dann wieder diese Astralprojektion an. Aber hatte kurz bevor Luis in das Haus gelotst mit einer SMS und ließ es so andeuten, dass Rob sich selbst etwas tun will. Aber Luis weiß das natürlich nicht. Luis denkt, das ist natürlich Adele. Und Adele hatte diese Astralprojektion auch gelernt, weil nämlich Rob ihr einmal ein Buch gab, damit Luis so ein bisschen ihre Träume, ihre Albträume zu kontrollieren versucht. Dadurch hatte sie diese Astralprojektion gelernt. Als Luis vor dem Haus war, versucht Luis per Astralprojektion irgendwie zu Adele durchzukommen, was eigentlich Rob ist. Auf jeden Fall nutzt Rob diese Situation aus und nimmt sich den Körper von Luis. Das bedeutet, Rob ist jetzt in den Körper von Luis. Luis wurde in den Körper von Adele hineingezogen, also die Seele von Luis. Dann siehst du direkt, als Rob Luis Körper besessen hat, dass er dann direkt ins Schlafzimmer, in das brennende Haus gegangen ist. Luis eine Überdosis verpasst hat, um sie umzubringen und dann raus zu zerren. Vor dem Haus, das ganze Haus brannte schon vor dem Haus und fing dann an zu weinen. Luis fing dann an, wie eine Gestörte zu weinen, was ja eigentlich Rob ist. Ich hoffe, man kann mir folgen. Also Rob hat Luis genauso vernichtet, wie er Adele vernichtet hat, nämlich mit dieser gewissen Substanz, weil beide halt einfach regungsunfähig waren. Und nun führt Luis, was ja eigentlich Rob ist, die Beziehung weiter mit David. Und David glaubt natürlich, es sei Luis, mit der er in der ganzen Beziehung eine Affäre gehabt hat und auch Sympathie empfunden hat und sich in Luis verliebt hatte. In dem Film merkt man auf jeden Fall, dass Rob die ganze Zeit einfach nur wollte, dass David ihn liebt, was aber ganz offensichtlich nicht geklappt hat. Es sah zwar so aus, als wäre jetzt David glücklich und davon mit Luis, obwohl es nicht so ist. Rob ist derjenige, der das bekommen hat, was er wollte, nämlich einfach nur David. Eine sehr traurige Szene am Ende, worauf ich kurz eingehen muss, als Luis nämlich ihren Sohn abgeholt hat, was ja eigentlich Rob ist. Also Rob ist Luis immer noch, nicht vergessen. Er hat dann den Sohn abgeholt und der Sohn hat sofort eine Wesensveränderung gemerkt. Er wusste, irgendwas stimmt nicht mit seiner Mutter. Nachdem Luis und David geheiratet haben, waren die hinten im Auto und erstmal dachte ich, dass die beiden nur im Auto wären und die reden nur von sich. Und David sagt dann, ja, aber auch Adam. Adam ist nämlich der Sohn. Rob bindet den Sohn nicht so wirklich mit ein. Das ist einfach, man hat gemerkt, der Sohn ist ein Störfaktor. Der Sohn wusste irgendwie, dass mit seiner Mutter auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt. Mir hat das so in der Seele leidgetan. Ich frage mich, ob die Persönlichkeitsveränderung, die im Film ja zu sehen, in der Serie zu sehen war, ob das so das erste Zeichen war, was man hätte als Zuschauer erkennen können. Nämlich, dass Adele in den Flashbacks eine total liebe, herzliche, nette Person war, während Rob ein bisschen anders vom Wesen war. Und Adele, die ja in der Gegenwart gespielt worden ist, aber in Wirklichkeit Rob war, dagegen aber komplett anders. Dann eine weitere Sache, die mir erst aufgefallen ist, nachdem ich den Film, nachdem ich mehr ein bisschen über die Serie lesen wollte, war nämlich, bei der Astralprojektion hat ja jeder seine eigene Farbe. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Luis hat nämlich grün, Rob hat blau und Adele hat lila. Da gab es auch so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe. Und zwar, woher wusste Rob, der jetzt in Luis' Körper steckt, dass er danach, nachdem er in Luis' Körper gefahren ist, dass er einen Tag danach Adam abholen musste, den Sohn von Luis? Woher wusste er das? Das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Und dann auch noch die Sache mit der Astralprojektion an sich. Da frage ich mich, ob Rob die ganze Zeit David kontrolliert hat. Es schien ja so, dass David Adele kontrollieren würde, was aber die ganze Zeit so war, als hätte Rob David kontrolliert mit der Astralprojektion. Denn so konnte Rob sehen, was David über den Tag so macht, mit wem er Kontakt hat. Ich denke, dass Rob auf jeden Fall wusste, dass David sich in Luis verliebt hat. Rob konnte nämlich auch sehen, wie David und Luis miteinander geschlafen haben durch diese Astralprojektion. Also er war dann praktisch mit dabei und hat zugeguckt. Er schwebte so umher über Luis und David. Ich denke tatsächlich, dass das irgendwie von Rob auch so geplant war, weil er wusste, dass er in Adele's Körper nicht diese Liebe bekommt, die Rob aber gerne haben möchte. Denn alleine durch das Buch, Rob hat ja ein Buch zu Luis gegeben, wo sie sich so ein bisschen über diese Träume und so informieren sollte und wie sie das steuert und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es geplant war, dass er wusste, dass er in ihren Körper fahren will. Denn nämlich bei der letzten Szene, wo Rob Luis ins Haus gelotst hat, wo das brennende Haus war, da habe ich mir schon gedacht, das hat er auf jeden Fall geplant. Weil er nämlich so schnell und gezielt an die Sache rangegangen ist, sie umzubringen. Er nahm nämlich den Schlüssel, hat die Haustür vorne aufgeschlossen, weil Luis ja vorher nicht reinkam, ging dann nach oben in das Zimmer, um dann Adele, beziehungsweise jetzt Luis in dem Körper von Adele, umzubringen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also eher die, die das gesehen haben, die werden es eher nachvollziehen können. Ich glaube, für den Zuschauer, der das noch nicht gesehen hat, wird das jetzt ein bisschen verwirrend sein. Dann eine andere Frage. Warum hat die Polizei nicht ermittelt? Also irgendwie habe ich noch ein paar Fragezeichen. Warum hat die Polizei nicht ermittelt? So voll merkwürdig. Ein brennendes Haus. Dann stirbt auf einmal die Frau von David. David brennt dann kurz darauf mit Luis durch und haben geheiratet. Warum stellt die Polizei hier keine Frage? Ich finde das voll merkwürdig. Dann auch noch die Frage, was passiert mit dem armen Kind, das ja nicht mehr seine Mutter wiederbekommen hat, sondern einfach Rob, die gestörte Person. Und jetzt zu der spannenden Frage. Denkt ihr, sie werden glücklich werden? Ich denke, dass sie es auf jeden Fall nicht werden, weil Rob halt einfach seine eigene Persönlichkeit hat, die echt schräg ist. Und ich denke, dass in kurzer Zeit wird das auch David bemerken. David wird es bemerken und ich denke, dass das Spiel wieder von vorne losgehen wird. Ich habe das Gefühl, dass er Rob nicht loswerden wird, weil Rob so besessen ist von David. Ich muss auch sagen, dass ich das richtig krank finde. Rob spielt sich eigentlich selbst was vor. Du musst dir mal vor Augen halten, dass wenn David dich anguckt oder mit dir spricht, immer er Luis vor Augen hat. Oder wenn er dich ruft, dann ruft er Luis und nicht Rob. Könnte ich damit leben? Ich persönlich nicht. Das wäre für mich überhaupt keine Liebe. Es würde mir jedes Mal so einen Kick in die Fresse verpassen und mir sagen, dass ich nicht geliebt werde. Ich muss sagen, es war eine sehr kranke Serie. Ich habe wirklich noch nie so eine Art von Serie gesehen. Ich fand die sehr gut. Am Anfang hat sich das extrem lang in die Länge gezogen. Ich muss sagen, dass ich die ersten zwei Folgen auch nochmal gucken musste, weil ich die das erste Mal nicht richtig hingeguckt habe. Und ja, zum Ende hin wurde es doch sehr, sehr spannend. Ich kann das schon jedem empfehlen, sich das anzugucken. Und ich kann mir auch gut vorstellen, weil das ist ja eine Serie, die basiert aber auf einem Buch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch viel, viel besser ist als die Serie. Ja Leute, lasst mir gerne eure Gedanken dazu da zu dem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Wenn es noch irgendwas gibt bezüglich der Serie, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.